Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um defekte Wasserpumpen und um diesen Zahnriemenschaden. Beides hat die gleiche Ursache. Welche das ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Betroffen sind die 2 und 2,2 Liter Common Rail Motoren bei den Herstellern Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Toyota und Vauxhall. Betrachten wir uns die Schäden einmal genauer. Beim Zahnriemen kann man unschwer erkennen, dass das Zahnprofil innerhalb eines klar abgegrenzten Bereiches komplett abgerissen ist. Der übrige Bereich ist völlig intakt. Bei der Kühlmittelpumpe hat sich das Flügelrad auf der Welle verschoben bzw. gelöst. Dadurch kam es zum Kontakt mit dem Motorblock, wodurch das Flügelrad beschädigt wurde. Die Ursache dieser Schäden ist ein Fehler bei der Montage der Kraftstoffhochdruckpumpe. Das kann im Rahmen einer Reparatur passieren, wenn die Pumpe vom Zylinderkopf getrennt und die Markierungen beim Einbau nicht beachtet wurden. Aber warum muss denn die Hochdruckpumpe überhaupt eingestellt werden? Nun, der Zahnriemen wird durch den Ventiltrieb und die Kraftstoffhochdruckpumpe mit periodisch wiederkehrenden Zugkräften, man nennt diese auch Trommkräfte, belastet. Diese entstehen, wenn die Nockenwelle die Ventile öffnet oder die Pumpe Druck aufbaut. Die Kraftverlaufskurven zeigen beispielhaft die Trommkräfte des Ventiltriebs blau und die der Hochdruckpumpe in orange im Verlauf einer Kurbelwellenumdrehung. Die grüne Linie stellt die maximale Trommkraft dar. Die rote Linie zeigt die maximal zulässige Trommkraft des Zahnriemens. Zwischen den beiden Linien ist die konstruktive Sicherheitsreserve des Zahnriemens. Für eine korrekte Einstellung muss die Kraftstoffhochdruckpumpe ausgebaut werden. Danach wird das Zahnrad der Pumpe so gedreht, dass seine Markierung mit der des Gehäuses übereinstimmt. Anschließend muss das Nockenwellenrad in der richtigen Stellung für den Hochdruckpumpeneinbau arretiert werden. Vorsicht! Hier kann es durch unterschiedliche Bohrungen zu Verwechslungen kommen, denn die Hochdruckpumpe wird nicht in der OT-Stellung des Motors eingebaut. Wenn beide Einstellungen stimmen, kann die Kraftstoffhochdruckpumpe wieder eingebaut werden. Bei einer korrekten Einstellung der Kraftstoffhochdruckpumpe treten die Kräfte aufeinanderfolgend also niemals gemeinsam auf. Somit wird ein ruhiger Lauf des Zahnriemens mit nahezu gleichmäßiger Belastung erzielt. Bei falscher Einstellung können sich die Trommkräfte teilweise oder ganz überlagern. Der Zahnriem läuft dann mit einer unzulässig hohen Belastung, die zu der gezeigten Beschädigung führt. Je mehr sich die beiden Kräfte überlagern, desto früher kommt es zum Ausfall. Durch die periodisch hohe Trommkraft entstehen zudem sogenannte Impacts. Das sind Stoßbelastungen im Zahnriementrieb, die auf das Antriebsrad der Kühlmittelpumpe wirken. Stark übertrieben ist das so, als wenn man mit dem Schlagschrauber die Kühlmittelpumpe antreibt. Dies führt dazu, dass das Flügelrad auf der Welle wandert oder sich komplett löst. Solltet ihr also vor einer Reparatur stehen, die den Ausbau der Hochdruckpumpe erfordert, achtet bitte auf die Markierung. Wenn ihr diese Schadensbilder an der Kühlmittelpumpe oder an dem Zahnriem vorfindet, liegt es nicht an einem Materialfehler, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer falschen Einstellung der Hochdruckpumpe. Das war's aus dem RepExpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017